Hallöchen meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Ghost Recon Wildlands mit Brutalo, Lobby und Neon. Hallo. Hi. Hallo. Fast Synchron. Ja, wir haben eingeübt. So, jetzt sind die bescheuerten Wichsers und alle da abkriegen. Los geht's. Ich werde das definitiv nicht rausschneiden. Soll's ja nicht. Ich will jetzt einfach alle killen, den Köpftabf reißen. Boah, wir sind zu breit für die Tür. Let's go. Und endlich kill sein. Let's go. Nimm so viel mit, wie ihr tragen könnt. Der CL-Hohrensohn hat lange durchgehauen. Er hat sich jetzt auf der Warte ausfühlen. Euch jetzt siehst du verdammt schwer. Erstmal. Hey, Leute. Bei mir macht die fette Asiaten Moonwalk. Die fette Asiaten, alles klar. Alter. Hey, Leute. Habt ihr das auch gesehen? Verdammte Scheiße. Ey, das muss ich was. Das hab ich selber aufgemacht. Der Typ kam auf den Boden raus. Ja, der Typ kam auf den Boden raus. Bevor er so einen Panskroß legt. Guck mal. Guck mal. Ey, seht ihr das auch? Der Kursche mit der Leicht. Die stehen da immer noch rum. Vielleicht tut er seinen kleinen Finger an seinen Po noch. Oh, 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 oh. Warum hab ich abgeschossen? Ey, was macht die fette Asiaten? Okay, sie ist umgekippt. Alter, wie so ein Fleischgerd. LOL. Und das war's? Guck mal, was macht der hier? Ich spiel' Zombie. Die fette sitzt hier gar nicht. Aber das war jetzt echt ein Bug. Das war jetzt was Neues. Normalerweise stell' ich fette Asiaten sich hier an das MG. Und der Typ dann weg. Oh, fuck. Oh. Der Keller ist noch gemannt. Alter, nee. Wir haben alles gesehen, Schatz. Wie dumm können Leute sein, ey. Nee. Du hast doch gesehen, dass ich deiner Storben bin und rennt da doch mal rein. Ich war hinter dir direkt. Ja. Was soll ich machen? Was ist hier noch los? Da der komische Typ stellt sich nur mal hier hinter und ballert alles weg. Ja, ja. Loi. Jan tut erst mal Leichen stellen. Nee. Den geht's gut, Alter. Okay, jetzt mal ganz kurz Ruhe. Ich will das Video laufen lassen. Okay, jetzt mal ganz kurz Ruhe. Ich will das Video laufen lassen. Das ist nur ein Foto. Ja, los. Hast du doch irgendein Video grad bekommen? Lass mich das mal machen. Ach da. Ich hab das Video bei mir schon laufen. Ich verstand. Nur zu gut. Er hängte sich rein. Was schaut ihr euch für schmutzige Sachen an? Weiß, dass wir für jeden Tote von uns zehn Zivilisten umbringen. Unschuldige gibt es für mich nicht. Das ist das nicht. Wo ist das? Nicht welchen Schaden er verursacht hatte. Egal, das gibt's beim nächsten Mal bei mir. Aber wenigstens bei mir könnte man das sehen. Ja, ich finde das nicht. Alles klar, das war die Mission. Easy going. Irgendwie war... Ey, die Map war richtig verpackt. Der eine Typ... Ihr habt das auch gesehen, dass der eine Typ wie Michael Jackson so aus dem Boden gekommen ist, ne? Ja! Alter, ich dachte, er legt den... Ähm... Wir haben jetzt hier die weggeholt. Ah, hier unten ist das was frei, oder? Nee. Was gibt's denn jetzt? Guck mal, der sitzt nicht mal richtig drauf. Was muss man denn jetzt hier als nächstes machen? Ja, gar nicht. Boah, Alter. Sieht die gleich auch weiter. Ich hab's denn hier aus. 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 Ja, ja. Ja, ja. Ja, wir hätten jetzt hier noch die ganzen Nebenmissionen. Treibstoff... Und so weiter. Medikamente. Da legt ihr gleich noch einen Solo hin, der Typ. Da legt ihr gleich noch einen Solo hin, der Typ. Fahrzeugabwurf. Abwinkung. Nein. Keine Muni mehr. Ich würde sagen, wir machen hier auch mal den Treibstoff. Hey, ich würde auch gerne Sachen. Ich hab keine Muni mehr. Ich auch nicht. Für die Schuhe für uns. 50 Schuss. Leute, laufen die Treppe vorbei. Einmal zwei Kilometer. Da haben wir nicht mal ein Helio oder so, weil wir die dann am Anfang weggeholt haben. Die dann weggesprengt. Nein. Am Anfang alleine. Vor irgendwie über eine Stunde. Vor drei Stunden. Ja, im Groben. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Ich werde. Ja, wir waren vor drei Stunden schon mal hier. Wir haben sie immer noch nicht. Ja. Hallo. Ja, dann gab's. Ey, wer sitzt im Kofferraum? Mein Plan. Da gab's schönen Beef, schöne Rinderhack. Ja, Mann, da gab's Beef. Wer fährt eigentlich? Rinshack. Schlecker mal die Nudeln. Ja. Äh, ich kann. Ja, Neon sitzt im Kofferraum und Lobby fährt. Oh, wie viele jeder sitzt. Ich glaube, ich push bei mir erst mal die Reichweite von meiner Drohne hoch. Ich hoffe, das bringt was. Ja, solange der Typ fährt, so schlecht wie er ist. Meine Sutten. Alter, wie böse der hinten aussieht drinnen. Wie sonst wirklich wie sonst mit dem Fahrt, ne? Geil wäre noch, wenn man irgendwie die Heckklappe aufmachen könnte während der Fahrt. Rausschießen. Garg. Am besten eh wie so ein MG, oder? Am besten eh wie so ein MG, oder? Das Auto geht kaputt, obwohl du es noch nicht mal getroffen hast. Perfekt. Rudi. Der. Er konnte fliegen! Das schafft nicht jeder! Nicht jeder darf kostenlos fliegen. Du hättest nach rechts gemusst. Ja, ich dreh doch schon. Ach du Scheiß. Er wollte uns nur das Dorf hier zeigen. Ich bin Miss1-Hund. Was ist das für ein Buckelweg? Ja, nimm die Stand. Brauchen wir auch nicht, ne? Ja, die können wir auch noch mitnehmen, das habe ich in Alltag. Hallo, wieso kann ich hier aus dem Fenster? Oh fuck. Äh, warte. Warte, warte, warte. Unnötigen Ballast rausgeworfen. Er hat mich überfährt. Wollt ihr mal wieder? Ich geh mal kurz die Uni auffüllen, ne? Mädels. Ja, das müsste ich eigentlich auch tun, ne? Ja, los, komm. Das müsste jetzt jeder. Das merke ich morgen früh noch. Warum nicht, wenn wir schon hier sind? Dann kannst du keine aufs Bier wechseln. So ne Stunde zwischen den Folgen und da nur Scheiße bauen. Das ist gut für die Folgen, weil da wird dann auch nur Scheiße gebaut. Ohne Rainer hier. Habe ich kurz die Uni auffüllen? Das sah so bekloppt aus. Muss ich kurz zurückfahren. Boah. Boah. Ich musste zurückfahren. Einmal mit Proven. Du hättest auch mal ne Sekunde warten können, ne? Ich hab nicht gesehen, dass du da warst. Ja. Boah. Ja wirklich, ich schwör. Ich schwör auf Penny. So. Lol. Bin weg, hau rein. Dinger! Alles klar, du lasst mich aber hier allein im Kofferraum. Oh, was hängst du da auf einmal so? Vielleicht wollte ich auch mit einsteigen? Äh, könnt ihr mich bitte abholen? Nein. Das hier ist jetzt grad so peinlich, Alter, wie ich hier festhänge. Kommt mal gucken. Bleibt doch jetzt heute hier. Tschüss. Ey, holt mich mal mit, ihr Lutscher. Ja. Wie er einfach weiterfährt. Einfach nicht dran kehren. Wir werden schon mal ein bisschen vorne cleanen, ja? Bisschen Action machen. Oh ne, wir müssen... Achso. Davon müsste ich die Puggecker holen. Uuuu. Uuuu. Waaah. Waaaah. Also... Erstens ich und snipelnd, zweitens ich und snipeln aus Autos. das zwei Kilometer weit weg ich glaube sonst Prozent über schneller fahren mehr er doch Moped jetzt warst du nun getroffen du böses, böses Mensch kann ich eigentlich auch irgendwann kommt eine Situation da kann ich mich ganz riesenbrechen an wen denn meine Beifahrer haben gesagt ich freu mich schon drauf ich hab gar nichts gesagt ich hab mich auch gepresselt und hier reingesteckt was soll ich denn sonst waren ich hab bestimmt kein Gerissen im Gesicht naja so macht man das doch mit Gästen oder wie war das ja in der Möglichkeit ist das nicht so eine Skelettmaske sondern dahinter so ein roter Balk bei manchen Liebespielen wenn man in den Mund tut Alter Alter ich glaub ich wusste wie das ab 18 schalten ja glaub ich auch wo ist denn der ganz hinten da hindu Moment mal vor allem wie schnell euer Bus ist ist klar das ist das Kackflugzeug was äh Potoro letztens verkackt hat ich wollte da eigentlich nur ein Stück runterfliegen auf einmal BOOM nein ich bin nicht da ich bin nicht da ich bin nicht da ich bin nicht da ich bin eins Wursch wie bin nicht da ich bin ich das gewöhnt äh nach oben hinweg und nicht zur Seite hinweg das zu machen mit dem äh witzig Dominik ist gerade angekommen Aber was ist, wie fliege ich schon mal los? Wollt ihr mich verarschen? Ja, wir haben einen Anruf bekommen. Das ist ganz dringend. Ich hatte noch was auf dem Herz stehen. Dann macht ihr nichts raus, ich stehe auch noch. Ja, ich wurde gefangen genommen von Dr. P. Ja, immer kriege ich die Schulter, wo ich gerade das gemacht habe. Genau. Nur weil ich einen weiblichen Charakter gespielt habe, beziehungsweise spiele. Das ist sexistisch, glaube ich. Adlersturzflug! Oh nein. Warum bin ich hier bloß eingestiegen? Nein. Au. Bin tot. Oh nein. Ich kalt das nicht mehr aus, ich will hier aussteigen. Nein. Oh scheiße, Alter. Was hast du mit der Flughause? Autsch. Ich meine, alles geplant perfekt hier. War es doch geplant, dass ich sterbe? Warum? Wie hast du das jetzt geschafft, Tom? Ich bin ausgestiegen und habe... Bin irgendwo über... Ja. Ja. Ja, Dominik, bei dir kann ich mir schon vorstellen, du bist über eine Kante bis nach 18 Kilometer geflogen. Ja, wie auf so einem Surfbrett. Ich habe den hinteren Zipfel vom Flugzeug abbekommen. Nein. Sonst gibt es nicht alles noch. Äh... Boah. Nice. So was für leicht hast du hinten drin, Jan? Leon und so. Aber... Was machen wir in meinem Satz? Hier wird gleich Tom und Leon eingepackt sind. Ja? Ja? Hä? Dominik, das ist schon bescheidreich, wenn wir gleich killen müssen. Wen? Der Tormund Neon. Die müssen hinten auf die Ladefläche. Boah, das wird nichts. Ja. Und jetzt verplanen und so. Alter, dein Ernst. Ich flieg gerade mit der Drohne über dir, Jan. Ey, ich... Ja, ich weiß nicht, was jetzt gerade passiert ist. Er ist einfach über mich gekommen. Und... Und äh... Ich... ...obachte dich aus der Luft. Bist du nicht mehr hinterherkommst? Ich hab genug von den Dinger gefunden. Doch, das kommt tipptopp hinterher. Ich hab ein bisschen auf Speed gelevelt. Also als wir noch zu zweit die Folge gemacht haben, haben wir so viel Scheiße nicht gebaut. Ja. Oh ja. Dann kommst du immer noch gut hinterher? Ja, jetzt nicht mehr. Aber ich würd sagen, wir machen hier auch die Folge zu Ende, Torben. Ja. Kannst du das wieder mit Cut machen? Nicht durch machen? Ja, ich hab kaputt, ja. Komm, lass die eine bisschen noch durchziehen. Ja, lass die das eine machen. Ja, komm, eine machen. Jo. Wir sind sowieso gerade mal bei 18 Minuten. Dann können wir das auf 20 Minuten strecken. Komm doch nicht einfach an Willi Nigger rein und so. Die Rebellenaufklärung, was gibt das noch drei. Da ist dein Fünfter. Also ja, einfach rein hier. Stehen wir direkt und raus. Ich würde aufpassen, ne. Wenn der Pilot Gefahr sieht, dann steckt er im Flugzeug. Ich weiß, deswegen müsst ihr den schnell ausschalten. Ja. Gerne steig mal ein als Fahrer. Warte. Ja, ist zu spät. Wenn du den runter schießt, Dominik ist da und ne. Ist das nicht so vorbei? Wie sollen wir den auch jetzt pegen? Rausschiechen. Ja, das stört das Ding auch ab. Haha. Gut mitgedacht. Haha. Dann kann ich auch runterballern. Ach ne, auch nicht. Ja, wir machen die gar nicht. Ich mach nur kurz den Schlimmer hier mal nach. Na, harte Nacht. Dreh den auch drauf. Hauptsache ich treffe ihn nicht, obwohl ich genau auf den rauf geschossen hab. Okay. C4. C4. Wirklich. Verdammt. Die Rebellen müssen wohl eine Weile ohne auskommen. Lol. Ich glaub, meine Mission ist eh verkackt. Ja. Ja komm, ich geh jetzt aufsperren. Gut. Das war's für mit der Folge. Ich hoffe, euch hat's trotzdem gefallen, obwohl's so bekloppt war. Ich würde mich freuen über Einen Like und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. So.